Hallo zusammen, ich bin Daniela Reif, Triathletin und gestern zu Sportlindensjahres gewählt worden. Herzlichen Dank nochmal für eure Stimme, ich freue mich unglaublich über den Award. Morgen bin ich als Gast im 101 auf Sportal.ad und erzähle über meine Pläne für das nächste Jahr. Schaltet also ein am 4.12 Uhr auf www.sportal.ad.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017